hey lieber zuschauer mein namen ist und dem heutigen exit tutorial will ich dir lieber zuschauer heute eine ganz einfache funktion an jemanden bringen diese dient dazu wie in meinem beispiel video jetzt dass wir hier die anzahl der buchstaben die wir hier in der straße zum beispiel verwendet haben ganz einfach ermitteln können indem wir die funktion erstmal aufrufen und zwar gleichsetzeichen und sagen die länge hätte man sich denken können eigentlich diese funktion dann brauchen wir nur noch klammer auf und natürlich will jetzt die funktion wissen welche spalte oder besser gesagt kälschen er überprüfen soll in unserem fall ist es hier die straßen spalte dann klammer zu und das ganze runden wir mit dem enter ab siehe da wir verwenden hier 15 buchstaben und wenn wir jetzt herausfinden wollen welches hier der längste oder besser die längste anzahl von buchstaben wenn wir nicht wohnen können wir das ganze hier übertragen in dem wir die ganzen funktion herunterziehen und siehe da die dornenstraße 23 ist die längste buchstaben anzahl natürlich kann man es mit ein x beliebigen wörtern hier benutzen mehr gibt es zu dieser funktion nicht zu erzählen verabschiede mich deswegen hier auch von euch oder besser von dir lieber zuschauer und schalte das nächste mal ein bei einer weiteren folge von mir sekunden 910 Conclusion 910 11 12 12 13